Das ist übrigens die Frage, die sich nach dieser Party für mich nicht mehr gestellt hat, ist, wie man eine Badewanne anders noch nutzen kann, außer zum Baden. Ihr hattet so viele Fragen, dass wir noch einen zweiten Teil gemacht haben zu Q&A, Medizinstudium und eure Fragen, meine Antworten jetzt. Ich habe tatsächlich nicht daran gedacht abzubrechen, aber ich habe das eine oder andere Mal mir ordentlich auf die Faust gebissen. Das ging zum Beispiel bei so Themen wie Biomathe, Epidemiologie, also alles so Themen, die jetzt nicht so wirklich mit der Klinik im Zusammenhang stehen und die sicherlich spannend sind. Oder bei der Doktorarbeit, wenn man Daten auswertet, das war das eine oder andere Mal, wo ich dachte, ob das jetzt so das Richtige ist, aber der Zweck haligt die Mittel, das Ergebnis zählt. Also ich kann nur sagen, Medizinstudium, natürlich sind die meisten, die mit mir studiert haben, ich kann nur von meinem Semester ausgehen, sehr ambitioniert und ehrgeizig und fleißig. Ich glaube, das muss man auch sein, wenn man irgendwie Medizin studieren muss. Aber ich kann nur sagen, die Truppe, die ich hatte, das war einfach mega. Also ich würde das mit den Leuten sofort wieder machen. Wir haben sehr viel Spaß gehabt, wir haben nicht nur viel gelernt, wir haben auch sicherlich das ein oder andere Mineralwasser in der Kölner Gastronomie zu uns genommen. Klappt mir wieder keiner, dann klappt mir wieder keiner. Ja, Highlights im Studium, natürlich im zweiten bzw. dritten Semester, so war es bei mir, ist natürlich der PrEP-Kurs. Wenn man in Formalien konservierte, eingelegte Leichen dann seziert und das Ganze im Sinne der Wissenschaft, damit wir den Körper studieren, das ist sehr eindrucksvoll. Wenn man das erste Mal den Raum betritt, da werde ich mich auch immer dran erinnern, dann kommt man in so einen Raum und dann liegen da bestimmt so 20 Leichen. Das riecht so ein bisschen, wie gesagt, nach Formalien, dass die Leichen sehen auch nicht mehr menschlich aus. Sie sind sehr gelb durch diesen Einlegeprozess, das macht es ein bisschen einfacher. Und wenn man dann das erste Mal so eine Leiche anfasst oder vielleicht auch den Skalpell ansetzt, ist es schon ein komisches Gefühl. Also komisch im Sinne von schön, weil es interessant ist, aber auch sehr, also ich hatte maximalen Respekt davon. Ich glaube, es ist unterschiedlich. Es gibt Menschen, die machen eine Medizinstimmung schon wissend, dass sie, weiß ich nicht, Hausarzt werden. Oder ein Freund von mir, der wollte immer schon Augenarzt werden. Das haben wir aber auch alle sehr schnell festgestellt, dass das das Beste ist, was ihm passieren kann. Weil es nicht so ambitioniert, was spritzte Blutung anging. Aber bei mir war es so, ich habe, glaube ich, während meines Studiums drei, vier Mal den Gedanken gewechselt. Immer das Fach, was gerade aktuell war, auch sehr professorenabhängig, wer das mit Elan präsentiert hat. Das wollte ich mal werden. Ich wollte mal Urologin werden, dann mal Gynäkologin, irgendwas Operatives, Unfallchirurgin. Dann wollte ich dann irgendwie Internistin, wollte ich nie so richtig werden, weil mir ja schon im Studium aufgefallen ist, dass die Assistenten stundenlang noch bis nachts sitzen und Briefe schreiben. Das ist nicht so meins. Dann wollte ich Anästhesie, noch nicht im Studium, sondern erst quasi im Beruf dann hinterher machen. Also es hat bei mir sicherlich sich zwischendurch gewandelt, aber irgendwie zog sich so diese Notfallgeschichte durchs ganze Studium. Und deswegen bin ich auch sehr glücklich, dass ich dann bei der Anästhesie und jetzt bei der Notfallmedizin gelandet. Nee, im Plan C weiß ich gar nicht. Ich habe mir da jetzt gar keine Gedanken gemacht. Ich habe ja Chemie abgebrochen, weil ich war vor dem Vordiplom und stand vor der Entscheidung, mache ich jetzt das Vordiplom, was auch mit einem vollen Semester Lernen zu tun gehabt hätte. Oder wechsle ich, weil ich eigentlich wirklich wechseln wollte und gemerkt habe, ich möchte Medizin machen. Also habe ich dann Chemie kurz vor dem Vordiplom hingeschmissen und habe zur Medizin gewechselt. Und da ich wusste, dass ich das machen will, gab es für mich also auch keinen Plan C. Und Medizin war ja auch eigentlich nicht mein Plan C oder B, sondern mein Plan A. Chemie war mein Plan B. Ja, ich wollte Medizin machen. Ich hatte ein bisschen die Angst vor der eigenen Courage, muss ich sagen. Ich habe irgendwie gedacht, Medizin ist so schwer, das ist sehr viel Lernen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ob ich das emotional schaffe. Und Chemie fühlte ich mich sicher, weil ich Chemie LK hatte, einen ganz tollen Chemielehrer, der auch Chemiker war, also der irgendwann einen Quereinstieg gemacht hat in die Schule. Und der war total motivierend und hatte Bock und hat mega tolle Sachen mit uns gemacht. Deswegen fühlte ich mich bei Chemie sicher und habe gesagt, da fühlst du dich irgendwie heimisch. Das machst du jetzt. Medizin ist so ein bisschen die Büchse der Pandora. Du weißt nie, was da so rauskommt. Und dann habe ich aber Chemie gemacht und gemerkt, irgendwie fehlt mir der Kontakt zu Menschen. Mir fehlt das Helfen. Weil man macht es bei Chemie dann letzten Endes hinterher mehr im Labor, dass man hilft. Sei es jetzt bei der Entwicklung von Medikamenten, Inhaltsstoffen, irgendwas, was man da im Labor macht. Oder am Menschen selber. Und deswegen habe ich dann Medizin gemacht, was ich eigentlich von Anfang machen wollte. Also mein persönliches Highlight war sicherlich die WG-Party bei meinen liebsten Studienkollegen A und T, die damals in einer Wohngemeinschaft gewohnt haben. Weiteres möchte ich dazu nicht sagen. Und es wird auf jeden Fall immer uns allen in Erinnerung bleiben. Und das ist übrigens die Frage, die sich nach dieser Party für mich nicht mehr gestellt hat, ist, wie man eine Badewanne anders noch nutzen kann, außer zum Baden. Und dann haben wir noch sicherlich dienstags, muss ich sagen, in Köln legendär, niemals aufkopiert, niemals erreicht, das Ding. Ja, das war es schon wieder von mir zum Thema Medizinstudium. Eure Fragen und wenn ihr vielleicht den Teil 1 verpasst habt, dann verlinken wir euch den, dann müsst ihr natürlich auch den Teil 1 anschauen. Da gibt es nämlich auch viele interessante Fragen, die ich beantwortet habe. Bis zum nächsten Mal.